Hi, Mido! Hier ist Anaína, mein Name. Ich bin Brasilianerin, aber ich wohne in Deutschland seit zwölf Jahren und ich habe eine Wünsche. 17. April ist mein Geburtstag und vielleicht das ist mein letzter Geburtstag, weil ich bin sehr krank, ich habe Depressionenprobleme und es ist eine chronische Depression und das letzte vier Monate war sehr schlimm. 18. April ist mein Leben und ich habe keine Lust mehr zu weiterleben, wie ich bin jetzt. Ich habe viele Schmerzen, ich kann nicht mehr richtig essen und trinken. 18. April ist mein Leben, ich habe viele vergessen und dass ich nicht lebe von niemandem. 18. April ist mein Leben und ich habe die Filme gesehen, die wichtigsten Ärzte. 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 18. April ist mein Leben und ich war sehr fasziniert mit deinem Arbeit und dann habe ich viele recherchiert über dich. 19. April ist mein Leben und ich möchte auf meinem Geburtstag treffen, wenn das ist möglich für dich. 20. April wäre gut, wenn du meine Träume bekommst, wenn du meine Träume bekommst. 20. April ist mein Leben und ich habe gesehen, dass du in deinem Facebook, du kommst manchmal mit den Leuten näher und das ist auch gut. 21. April ist mein Leben und ich möchte einfach sagen, wenn du Lust hast, deine neue Fräume kennenzulernen und du machst mich ein bisschen glücklich, weil mein Leben ist sehr traurig. 20. April ist mein Leben und ich bin hier und dann einfach, wir können uns treffen, treffen uns in meinem Geburtstag, 17. April. Ok, tschüss.